Die Welt kriegt ihr mich nie! Aber wer zukommt zum Ritualarm? Cover me! Nein! Da steht der Bersi! Oh, der Mad Cow! Wieso habt ihr den nicht gesehen, als wir den einlebenden Kindern? Hallo und herzlich willkommen zu Retro-Land V4! Wir sind hier beim Mac Warrior 3 und ich hab gar keine Ahnung wie hier die Steuerung funktioniert. Weißt du? Hier! Cranky Mad Cow Commander The Bucket I Am Teal! Wollt ihr mich verarschen? Ich meinte, ich schmeiß den Mad Cow einmal raus, Mad Cow will nur noch ein bisschen näher ran gehen, wenn man noch Geld wünscht. Ich muss jetzt tippen. Bombe legen. Okay. Bombe legen. Jetzt hat er ihn weggeschmissen, meine Waffe! Was ist das denn jetzt?! Hier, Crow, zurück! Dann zur Null-Marsch! Und du mit?! Dann weg! Ja, wir haben keine Frage! Alter! Aaaaaaah! Wieso keine Schmette? Schmette ist sehr aktiv. Ich baue gerade einen Tempel. Bisschen Spielen! Ja! Helfen wir hier in der Abenteuer fahren? Wann willst du eigentlich schon bestimmt 30 Hütten im Bau? Mettkauf! Sag wo! Wir gewinnen! Aaaaaaah! Da ist die Siegler! Schmeiß doch mal hin, Mann! Schmeiß sie! Schmeiß die schöne Kante von der Stelle aus! Aaaaaaah! 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 Und ich hatte! Wir haben jetzt noch mal! Wir haben jetzt noch mal aus! Hey! 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 Ich bin die Dreadlocks. Die war hier. Diese Kili-Bus. Ach, ihr kriegt alles. Das ist so cool. Das ist so cool. Das ist so cool. Scheiße! Ich dachte, das ist ein Star. Und ist einfach nur. Pudum. Peter, doch, Alter! Hey! Du Brüder Magde! Der ist der Clou! Der ist der Clou! Der ist der Clou! Der ist der Clou! Dein und der Klinik sind die Clou! Was ist denn hier los? WTF? Ah! Nein! Nein! Aber ich bin so nett gemacht! Hahaha! Es fällt rund! Oh, liebe Freunde! Ja, vor allem Headshot! Das ist so lächelig! Das ist so lächelig! Das ist so lächelig! Das ist so lächer! Das ist jetzt! Das ist so lächelig!